Ich steig zu vorne! Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 Hallöchen Mit Vinius und der Kartoffel Ich bin eigentlich immer... Und meine Wenigkeit Na genau Na Und den Alex Na ihr Kartoffel? Ah ne, nimm Claptrap Wir müssen Claptrap nehmen Ok, wo ist Claptrap? Ich hab sonst hier runtergesprungen Ja, super! Warte, warte, warte Ich will So, da Und ich hab mein Gentleman's Agreement Ich frage ihm die Sachen der Leichen, die Jack im Gletscher Der verfolgt dich Hallo Hallo Das sind ja sehr einfallsreiche Elfen Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte Hey, du glaubst du flirst dich dort draußen zu Tode? Wie es einfach mal 5... Wie es einfach mal 5 Dollar kostet, so ein scheiß Ding zu benutzen Aber alles gut Ich hab mir ein volles Diamantengelauf, denn ich bin reich Oh, ein Wunderschuss hab ich gar nicht gesehen Wollen wir das jetzt mit den Witzen machen? Oder nicht? Ja, ich würd sagen, mach mal nächste Folge, ne? Mach mal nächste Mal Oh, Gegner! Oh, ich hab's dir doch super drauf, was Tode Gegner schießen Ah, oh Schiet hin! Was ist denn das? Wo kann man sich drucken? C, C, C Hab ich doch gesagt, C Ja, was müssen wir eigentlich machen? Ich hab's gar nicht mitgekommen, ich hab nicht zugehört Wir müssen Claptrap jetzt zu diesem Flint bringen Aha Und dann müssen wir Flint töten Claptraps Schiff zurückerobern Und weiter will ich noch nicht sagen Und oben rechts steht sogar unser Ziel Ich zermörtre mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Arme für das Diamantpony ein Ich wollte es dir zu ihren Pissbirnen Aber es ist irgendwie portär Wie wär's mit Arschgaul Nee, das ist noch übler Schau, ich hab noch etwas drüber nach Arschgaul Eine Herausforderung gemeistert Ich hab eine Herausforderung gemeistert, ich bin Bär, der ist an der Auge Stürb Stürb Wo war nochmal Nachkampf? V V Drück V V wie Nahkampf V wie Nahkampf Ist doch logisch Warum wirft der die Waffe weg? Aber ich hab doch behindert und ich hab nur noch 35 Leben, haja Ähm, wer von uns hostet? Ähm Micha, oder? Ja Alter, ich brenne, ich brenne Sieben Sieben HP Zwei Sieben HP Ich hol den jetzt da oben weg Komm, komm her, komm her Komm her Ben Ben Ich danke dir Ben Ben Du magst gefisst zu werden, ne? Ah Ja, aber es hört sich auch, man hört auch nur Ah 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 Oh Au Entschuldigung Wer von euch hat aufs Fass geschossen? Ich bin da Ähm Ähm, ja Wir sind alle tot Wir müssen irgendwen töten Ich find keinen Doch, die Brücke Zur Brücke Da ist einer Irgendwo ist ein roter Punkt Wo ist hier ein roter Punkt? Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Oh ja, toll Ah Zeit habt ihr? Ich sterbe Ich bin dort Ja, ich warte auf euch Hat jemand die Zeit gemessen? Äh, nein Ich glaub, wir sind jetzt bei 2-4 Minuten Ja, irgendwie sowas Ah, ganz easy Man spawnt ja einfach wieder Kann einer von euch bitte mal Kann einer von euch bitte machen? Bitte was? Die Zeit stopen Alles klar Dankeschön Okay Er ist so lieb von dir, ne? Ich schwöre Ich schwöre dir Da oben ist der Huansohn Da oben ist der Ich bin wieder total verplant Ja, wir müssen hier die Brücke runterfahren Ach nee, clap clap macht das Oh, wohl Öffne dich Öffne dich Gegner Ich sollte was klar stellen Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe Ist keine Skulptur oder sowas Wie du? Ey, ich hab ne Waffenkiste gefunden Wollt ihr Waffen? Ich will Gegner Dann, dann, dann nehm ich sie mit Arschgehaul Arschgehaul Sag hallo Arschgehaul sagt hallo Jetzt Warte, jetzt kommt, kommt runter Jetzt kommen die beiden Okay, gut, 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 gut Jetzt kommen sie Oh, hör mal an meinen HP Sieht so richtig schöner Bosskampf aus hier Zündet die Lunte, ihr Hunde! Boom! And his brother, Boom! Jetzt kann's kratzen! Ach du Scheiße Boah mit 9 HP Erstmal Kruste aufmachen Scheiß auf die Gegner Wo sind die Gegners? Du musst, einer sitzt in der Kanone Und einer springt hier rum Alter! Ich kümmere mich um die Kanone Wenn ihr euch um den Der rumspringt kümmert Achso, du bist schon tot Alles Sorge, das wird wieder Der macht hier schon wieder ne Pause Wow! Neue Stärke! Alter! Das geht's doch nicht! Er liegt schon wieder flack, ey Ja ähm, warte, warte ich Du Jurensohn! Hallo, 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 eh Aua Ich möchte solche Wörter bitte nicht auf meinem Kanal haben, ja? Ja, sag Du hast es doch vorher selber gesagt Achja, ich werd nur mit 10 HP wieder blöden Übrigens, übrigens, die Kanone heißt Dicke Börter Dicke Börter Das erinnert mich immer an Two and a half, man Äh, versteck mich immer so ein bisschen, gell? Ich hab die Kanone gleich down, ne? Ja, der andere ist auch gleich down Der, 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 ähm, der Zwerg Ich hab keine Muni mehr, Stacke Jetzt muss der hier rumlaufen, da ist er Jawohl, der will ich arm, Alter Der Filz? Wow Na na Hallo Na 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 Sehr gut So bam Alter, w- Ihr könnt mit K euren ersten Skillpunkt setzen Und mit F setzt ihr eure Fähigkeit dann ein Ey, mein Herr Zwerg Nix Warte, warte Ich hab keine Zug Ich hab keine Muni, Leute Phasenlot, okay Ich kenn auch was Phasenlot ist, aber ich probier's Ey, du Also, Doom hat grad mein Geschütz kaputt gemacht Warte, warte, warte Leute, anstatt dass ihr da rumchillt, könntet ihr mir auch mal helfen Ja, der schwindet auch da ein bisschen Ja, genau Du weißt wie You know how Ja, das haben wir Waffen Ja, ich hab übrigens auch noch keine Munition Und der ist down Alles meins, alles meins, alles meins Meins, 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 meins Mein Granaten-Mod Mein Granaten-Mod Meins Alter, das Liegt schon wieder Ähm, hier sind Waffen, Leute, ne? Ja, ich weiß mal kurz, da ist Alex Und du bist, du bist tot Ich hab einfach, ich hab einfach mal alles eingesammelt, ne? Leute, 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 warte, 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 warte Hier, ihr kriegt jetzt ein paar Waffen von mir So Ich bin einfach ein Superspieler, also Äh, was zur Hölle hattest du da alles drin? Ich hab einfach alles eingesammelt, was ich, äh Ja, ich hab jetzt noch Vier Waffen hab ich jetzt noch Ich hab dir den, ne, Granaten-Mod hab ich auch Und ein Shotgun, Shotgun Das ist meine von eben So Äh, wir kriegen wir den Abschauen, ne? Ja, ja So Was, äh, mit, mit K Aha Schnellende Okay, Granaten-Mod, was hab ich denn hier? Granatenschaden, Explosionsradius, Zündungszeit, okay Sepp, Leute Ihr müsst... Kann einer von euch mal zu Claptrap gehen Und der mit in die Tür aufmacht Dann kann ich zu... in die Börter gehen Ich muss jetzt gleich mit der dicken Börter schießen Hallo Ich will skillen Achso, ja, auf J Nee, auf K Entschuldigung Ach, Täuschung, aha Okay, mit F sind sie sein, ah Ja Also mit F bist du dann unsichtbar Und dein Nahkampf angesetzt Ist dann irgendwie... mal... 1000 erhöht oder so Lali-lu Wenn ich ganz groß an darf Und schau zu Dann mach ich das Äh, wöp Dann geh ich in die Dicke Börter Nee, okay Ich will in die Börter Ich, ich stell mich ja schon hin Oh, E.T. Untertan, an die Kanone Ich will, ich will Ja Aber erst, wenn ich aus dem Weg bin Verstanden Das war zum Vorausruf eigentlich Nee, ich hab geschossen, ne? Achso Ja Ja Ich warte doch nicht, bis Klöpschab aus dem Weg ist, ne Woll, Dicke, also Woll war er erstmal Huch Ja Wie kann ich Granaten werfen? Ähm, auf G Achso Wie, ähm, Granate Okay Okay Alles klar Ja, mhm, Saubi nah kannst Wie der fliegen kann hier noch Oh, hier ist noch ein Gegner Direkt bei der Börter Schnell wieder mit Kanone Ja, Faulis Ja, Faulis Oh, Alter Der, der, der stand aber auch direkt vor mir, ne? Ähm, Leute Ihr habt dir so ne, ihr habt dir ne, ne Feuerwaffe liegen lassen Und ne grüne Waffe Also, die, so Ähm, so wie die Waffen So wie die Waffen So wie die Waffen Warte So So wie die Waffen leuchten So selten sind die Also, Orange und Lila sind glaube ich am seltensten Wenn ich nicht irre Blau ist schon etwas seltener Alter Alter Weiter Ich hole dich wieder Abel weiter Abel weiter Abel weiter Hey, ich wollte nur der Frauen Gefallen tun Ich wollte halt öfter sterben So Achso Alle in Absicht Guck, guck, guck Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Jetzt seht ihr ihn nicht mehr So Ich hab ihn nicht gesehen Da oben ist noch einer Wie kommt denn der da oben hin? Der ist aber geflogen, ne? So Das was grünes oben drauf Verdammt Ja, grüne Items sind seltener Weiß gibt's am häufigsten Ähm, gelb ist Geld Blau ist, äh, grün ist seltener Blau ist dann noch seltener Rara Ähm Seltener? Blau und Orang Ne, Lila und Orange gibt's noch Aber ich weiß nicht wie das ist Ich hab doch irgendwo so eine Feuerwaffe aufgesammelt oder sowas Da Ich hab hier eine Warte, die kann ich Ich hab die mal weggeworfen Könnt ihr haben Aber, äh, vielleicht hab ich versucht vor dem Schockfrust auf Käpt'n Flints Chef eine Meuterei anzuzetteln Gibt dir mal Alex, damit der ein bisschen Schaden macht Stimmt's, Leute? Schnauze Na gut, dann liebe ich sie So So Ey, habt ihr eine Kiste übersehen, Jungs Mensch Die Frau muss immer hinter euch herrollen So gehört sich so Oh, jetzt kommen die Vögel, die sind nervig Ich mag Vögel Oh, hey Ich mag Frauen, die gut zu vögeln sind Mein Geschütz räumt doch schon auf, mein Geschütz räumt auf Nachher ist das richtig heftig Das Geschütz ist nachher richtig, richtig, richtig geil Das sieht, das sieht noch ein bisschen, äh Warte, nachher hat mein Geschütz noch ein Schutzschild Das hat dann noch, ähm So einen Flammenwerfer, Raketen, ja Das ist mein, das ist mein Geschütz Ich kann auch wohl über mein Geschütz reden Ey, nein Niemand will Geschichten über deinen Penis hören Richtig So, wo müssen wir eigentlich hin? Geschichten Guck mal, da unten sind Knochen Was wir denn essen? Mensch Marcel Wenn du aufgegessen hast, sollst du die Knochen wegräumen Und dich da liegen lassen Mensch Komm her, kommt her, kommt her, kommt her Na, kommt Wow War ein Schaden Das war eklig, habt ihr gesagt Aua Ich renne Bam So Fuck Ihr habt irgendwie kein Aiming, kann das sein? Doch Also im CS bin ich gut, aber hier, ähm Achja, GO wollten wir ja auch nochmal spielen, ne? Ja Nö Ich bin überhaupt nicht gut Ach, du bist unsere Du bist unsere moralische Unterstützung, Ralex Du bist, du hast den Tittenbonus Ja 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 Ich kollabier heute nicht Ich geb meinen Herzinfarkt Ihr könnt auf diese Fässer schießen, ne? Ich denn? Ja Ich hab schon fast ins Licht geguckt Ja, warte, ich hol dich zurück, so Jetzt hol dich So, bist du wieder wach? Jetzt geht die Party low Jetzt hier da Ja Leute, ihr wisst schon, dass ihr auf die Fässer schießen könnt, ne? Naja, das hat man, äh, welcher war das? Zwei, erste Folge, so Das bringt sehr viel Achem Hat jemand die Zeit im Auge? Doch Ja, die hab ich Ja, die hab ich Hier hinten ist ne riesen Waffenkiste, ne? Wenn ihr herkommt, kriegt ihr auch was ab, sonst nehm ich jetzt wieder alles Ja, 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 ja Oh, oh, da hinten, ich seh sie Der will noch einen Hut Was haben wir denn hier? Explosivschaden Und die andere Waffe feuert so schnell wie du klicken kannst Ja, ich bin voll Ich bin voll Was ist, warum? Was hab ich denn? Oh ja, die ist cool Die explodiert Ich hab grad nen Skillpunkt bekommen oder irgendwie sowas Ja, auf K Wenn du Level up kommst, kannst du auf K Was ist deine Schildkapazität und deine Schildkapazität? Und deine Schildkapazität? Und deine Schildkapazität? Könnt ich nen Treffer schaden nachgefunden Psst Ein rotglühende Schildhaken ins Auge! Stimmens Clap Clap? Was labert der? Was? Kannst du eine Fragelichter finden? Dich immer noch Captain Flip Uh Uh Ah Ja 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 Okay, ich werde mal den Heilbaum hier nehmen, ne? Ich glaub das ist ganz gut für Alex Ja, er kann verschiedene So Ach du bist schon dann unser Helo Ja Ich mach das Ich bin schon wieder weitergelaufen mit dir, ne? Ja Ja, okay Ich komme Oh, hier ist Spieler Checkers Okay Da hinten ist ein Klo übrigens, ne? Hä? Brauchst ein bisschen Übung, warte, bitte was? Ja Was Übung? Ich bin ne Bro schlecht hier Lass mich den Typen töten, lass mich den Typen töten Danke 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 So, ja komm Mal gucken, was auf der Toilette ist Was haben wir denn hier? So eine Shotgun Steig schalten wir mit 44 HP ein Oh, das ist... Huch, meine Waffe Hier sind zwei Waffen, ne? Ich kann eh nichts mehr aufnehmen Ich bin voll Ja, dann werf ein paar schlechte Sachen weg, du, ja? Das ist ja viel zu einfach So, warte, 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 was haben wir denn hier so schlechtes Ich will immer noch wissen, wie weit wir sind, auf wie, bei wie vielen Minuten Wir werten jetzt gleich noch Sputaten machen, nachdem wir ausgeräumt haben Eh Okay Alle fertig? Ja Da vorne, nein, da vorne ist ein Sicherungspunkt, können wir wenigstens so weit noch laufen Ja gut, dann rennen wir so weiter. Aber nur weil du's bist. So, weil du's bist. Und? So, jetzt aber. Da, wunderschön. Okay. Okay, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Was war das für ein Geräusch? Jo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Auf der linken Seite findet ihr unser letztes Borderlands Let's Play. Das war die zweite Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, könnt ihr mich auch noch abonnieren. Da bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand.